Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Das ist meine Aussicht vom Balkon am helllichen Tag im Sonnenschein. Aber heute möchte ich dir mal was ganz Besonderes zeigen und zwar meine Aussicht 4 Uhr nachts und ein wunderschöner Mondschein. Vielleicht gefällt dir das auch bei uns im Dorf und dann möchte ich dir das einmal zeigen. Das ist meine Aussicht vom Balkon am Ende. Das ist meine Aussicht vom Balkon am Ende. Das ist meine Aussicht vom Balkon am Ende. Das ist meine Aussicht zum Balkon am Ende. Das ist meine Aussicht vom Balkon am Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020